Yo, was geht ab, motherfuckers, motherfucking Demon hier. Heute kommt die schon lang angekündigte 4K-Downie-Montage mit euren Clips, die Community-Montage. Es ist zwar 1,5K zu spät, aber ich hatte echt Schwierigkeiten, Unterstützung zu finden beim Bearbeiten. Da möchte ich auch nur mal ganz kurz den HXE in den Spotlight werfen. Der hat mir riesig geholfen bei dem Edit. Er hat im Prinzip die ganze Montage selber übernommen. Er hat absolut gecarried und nur wegen ihm ist diese Montage überhaupt noch möglich geworden, auch wenn es etwas verspätet ist. Bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen. Bitte guckt in der Beschreibung, da wird sein Video verlinkt sein mit seinem Edit. Bitte, bitte, schaut einfach vorbei, hinterlasst den Like. Vor allem, wenn du in dieser Montage mit dabei warst mit deinem Clip. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, Morfuckers. Ich hab euch lieb, die 4K-Downie-Montage. Ich hatte Spaß. All I see is you 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 Das war's. Das war's. Das war's.